Sie müssen bis zu der verschlossenen Tür am Ende des Gangs. Das wird allerdings nicht einfach. Sie sind nicht zufällig mit den Haddocks von Schloss Mühlenhof verwandt? Warum fragen Sie? Ich arbeite gerade an einer Star. Es geht um ein altes Schiffswrack vor Santo Domingo. Ein Kriegsschiff, Dreimaster, 50 Kanonen. Was wissen Sie über die Einhorn? Nicht viel. Deshalb frage ich Sie ja. Das Geheimnis über dieses Schiff kennt ausschließlich meine Familie. Es wurde von Generation zu Generation weitergetragen. Mein Großvater hat mir die Geschichte persönlich auf dem Startbett erzählt. Und? Weg. Was meinen Sie mit weg? Ich war so neben der Kappe, als er das Zeitliche segnete, dass ich mir erst mal die Kante geben musste und am nächsten Morgen war es weg. Alles vergessen? Alles? Jedes einzelne Wort. Und sonst jemand aus der Familie? Vielleicht wissen die ja was. Ich bin der letzte lebende Haddock.